Ein Brandenburg bedeutet für mich, dass wir zusammenhalten sollten und müssen. Und ein Brandenburg bedeutet für mich, dass wir uns hier zu Hause fühlen. Ich möchte eine Stimme für meine Region sein. Das heißt, ich will, dass auch die Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis ordentlich mit der Bahn fahren können und nicht wie die Heringe stehen müssen in der Ostbahn. Vor 16 Jahren hat unser gemeinsamer Weg hier in Märkisch-Oderland, hier in Ostbrandenburg begonnen. Wir haben vieles miteinander erreicht und ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin Ihr Vertrauen aussprechen. Denn ich bin so, wie ich bin. Aber Ihre Stimme für Gernot Schmidt heißt eine starke Stimme für Ostbrandenburg. Ich bin heute auf dem Weg zur Hauskrankenpflege in Buko. Ich möchte mir heute im Rahmen meines Praxistages einen Überblick verschaffen, was die Menschen dieser Region in diesem Bereich benötigen. Welche neuen Bedingungen wir in der zukünftigen Bundesregierung, im zukünftigen Bundestag schaffen müssen, um das Leben vor Ort zu erleichtern. Klatschen ist vorbei. Die Menschen brauchen Taten. Die Angestellten brauchen bessere Löhne und mehr Zeit für die Patienten. Dafür stehe ich und dafür setze ich mich in den Bundestag ein. Deutschlands Zukunft. Aus Respekt für Dich. Mit Kompetenz für Deutschland. SPD. Soziale Politik für Dich. In den letzten Jahren haben wir viel miteinander erreicht. Und wir haben dies erreicht, weil wir uns aufeinander verlassen konnten. Und wenn Sie mich wiederwählen, dann wissen Sie auch, wen Sie und was Sie wählen. Ein Mann, der verlässig ist. Ein Mann, der Diener seines Landkreises ist. Diener der Menschen und keiner Ideologie, keiner Partei und keiner Landes- und Bundesregierung.